Also da unten links ist der Markt, hier, das ist so ein Dealer, mit einem Luftballon. Oh scheiße, ich habe gar nicht genug Essen da, oh shit, was ist das? Kannst du Seil kaufen, glaube ich. Ich kann gar nichts bei dem machen. Ah, du gibst, du gibst drei Seile und du bekommst, du bekommst, du bekommst, ah, du bekommst diese, diese Fernrohr da, weißt du, das, wo man weit weg sieht, dass dieses, diese Fernrohr, wie heißt das, Mann? Fernrohr. Fernrohr, ja, aber ist schon lustig. Ist das, oder? Okay, gehen wir weiter, gehen wir rechts, Gegner, komm. Und wie viele Seile hast du? Keine. Hast du es gemacht? Nein. Soll ich es machen? Ja, nein, nimm das Fernrohr mit, Knils, nimm das Fernrohr mit. Wenn ich wüsste, wie man ein Seil macht, ach so macht man ein Seil. Hier sind ja gar keine Gegner, was willst denn du? Warte, warte noch, warte noch, geh noch nicht weiter. Warte. Was brauche ich, Knochen? Ich gebe ihm auch noch. Ah, nur, nur einer kann reden, okay. Wo ist denn hier? Oh, ich habe Kanonenkugeln gefunden. Hier, wo bist du? Ich bin nach Süden gelaufen, nach unten. So. Oh, mit in den Süden, da gibt es... Naja, ich glaube nicht, dass das Rehe sind, sie nix. Das sind, äh... Ah, ja, ja, kalt ihn an. Kalt ihn an mit den Mogen, komm. Kommt, wir brauchen Fleisch. Ui, wo schießt ihr denn? Ich nehme Kokosnuss. Kann ich ihn schlagen? Ich habe nichts zum Schlagen. Geiles Fleisch, Mann. Da ist noch einer. Hinten ist noch einer. Ey, da oben ist jemand, guck mal. Ja, den, genau den. Oh, Ohrensohn. Schlag ihn, schlag ihn, schlag ihn, kommt, macht. Mehr Motivation, komm. Mehr Motivation. Ah, da, goldige Steine. Ach, das ist Geld. Das ist aber Geld. Da ist noch einer. Hier, da, und Kobold, Kobold. Ey, schlag ihn, schlag ihn. Ja, genau so. Das hat der Motivationstrainer. Wow, nice. Wie, wie schlagst du Gegner, Mann? Ich, wo mache ich Waffen, Mann? Ich kann nur Holzgriff machen. Was ist denn so ein Scheiß? Ah. Leute, bringen wir die, bringen wir die, ähm, erbeutete Beute ins Lager zurück. Die erbeutete Beute. Oh, da ist noch ein, da ist noch ein Kobold. Ja, das sind ganz viele Kobolde. Ja, das ist Koboldorf. Ich war schon drin. Hilft mir. Hey, hey. Leute, Leute. Leute, ich bin gleich tot. Ich weiß nicht, wo bist du? Bist du blau? Okay. Uh, Leute. Ich bin hinter dir. Oh, du Wurz. Ich hab keine Ahnung, wo du warst. Juhu. Jetzt reicht's mir. Jetzt hab ich meine Kollegen geholt. Die können mehr als du. So sieht's nämlich aus. Komm her. Jetzt, jetzt. Oh, nein. Ich bin gleich tot. Ah, sehr schön. Sinnix, kommst du? Ich weiß nicht, wo ich bin, Mann. Du siehst... Oh, Hai. Das ist ein Hai. Du siehst uns doch auf der Karte, wo wir sind. Wir können ein Hai angeln. Geiles. Geiles Spiel. Hey, hier gibt's ein Auto. Ich hab's gesehen, ja. So verschrottet. Oh, ich hab einen Schrein gefunden wieder. Also ist das eine... Hä, ist das jetzt... Hä? Ist das jetzt Geld? Oder nicht? Du hast einen neuen Geschichte-Eintrag erhalten. Ah, nee. Das nehm ich mit. Oh, ich bin ja im Tempel. Hä? Wie kann ich denn das... Wie kann ich denn das... Wie kann ich denn das... Wo sieht man die Affen? Das Fleisch braten. Du musst... Ähm... Ein anderes... Rezept aussuchen. Mit F abbrechen und dann Rezept aussuchen. Okay. Ey, der... Unsere Affen verhungern wahrscheinlich jetzt langsam. Scheiß auf die Affen, Mann. Ja, wir verhungern auch. Oh ja, ich verhunger auch. Ich mach mal Essen. Ah, schau mal dort im Kreis siehst du, wie lang der Mond da ist. Ja, genau. Hä, beim... Äh, ich hab gar keine Rezepte. Oh, cool. Ich kann einen Tisch bauen. Hä, wie kannst du... Wie kannst du kochen? Oh, wir werden wieder angegriffen. Jo, lecker. Ah, ich hab genug Fleisch. Ah, ist okay. Ja, aber ich... Seh nix, alles gut bei dir? Ja, ja. Seh nix. Hast du auch Hunger? Ja, ja. Dann kannst du uns... Dann kannst du uns untersuchen. Untersuchen? Wo kriegt man die dünnen Stöcke her? Ja, vom Baum, oder wie? Äh, nein, die musst du auch craften. Und wo? Warte mal. Über den Strohbündel. Warte mal, ich hab was gefunden. Aha. Tagebucheintrag. Ein Eintrag aus dem Tagebuch eines anderen Überlebenden. Ich frage mich, wem er gehört. Man musste das einmal craften, danach kriegst du das... Okay, ich hab's noch nie selber gecraftet, deswegen. Hallo, ich lese gerade Tagebuch. Ja, schön. Wow, was ich alles erlernt hab. Und jetzt? Ah, hier. Ja, schön am Kochen. Seh nix. Ich würde langsam mal zu uns kommen, dass du was essen kannst. Ja, ich such den Weg. Mein Rücken juckt. So. Zack. Oh, mach ich nicht mehr. Nee, das wollte ich nicht. Öh, ich hab Hasen gefunden. Hasen töten. Oh nein, ich hab nicht Stroh. Ich hab kein Stroh. Öh. Ein gestrallertes Schiff. Wo kriegen wir diese komischen kleinen Steinchen her, um den Weg zu machen? Frag ich mich auch. Was ist denn das? Die brauchen wir auch für einen Bogen. Ah, Schlamm ist das. Kiesel, Steine und Schlamm. Steht hier. Das heißt... Okay. Und wie kriegen wir Schlamm her? Ja, wahrscheinlich vom Meeressand. Also, äh, Meeressand. Hier. Diese... Diese braunen Steine hier im Boden. Aber wie können wir denn hier buddeln? Können wir irgendwie graben oder so? Ich weiß es gar nicht. Keine Ahnung. Vielleicht mit einem anderen Werkzeug. Wir haben ja gar keine Werkzeuge mehr sonst. Äh, doch. Hä? Was ist das? An der Truhe. Hä? Was für eine Truhe? Äh, nicht an... Der andere klappt mir alles. Bei den Rezepten unterhalb des Werkzeuggriffes. Kommt bei dir eine lausige Axt. Eine... Dann kommt eine Spitzhacke und eine lausige Schaufel. Nee, bei mir ist unter dem Werkzeuggriff noch gar nichts, weil ich die noch gar nicht hergestellt habe. Ja, dann mach... Äh... Musst du nur die Materialien machen. Alles klar. Siehst du die hier? Hast du sie gesehen? Weißt du, was du brauchst? Ja, ja, habe ich gesehen. Ich brauche meine Axt wieder. Wo ist meine Axt eigentlich? Die habe ich. Ah, ein kleiner Stock fehlt uns noch. Dann können wir einen Tisch bauen. Du hast einen Axt? Aber hier habe ich auch gerade Holz da. So. Vielleicht müsst ihr... Vielleicht kann ich meine Kisten nur bedienen und ihr müsst selber welche... Ah, ihr könnt gar nicht craften. Verstehe ich nicht. Wieso geht denn das nicht? Also. Zack. Zack, zack, zack. Ist hier nichts? Bist du noch am Leben? Ja, ja. Ja, ich jag gerade ein Hai. Er jagt gerade ein Hai. Oder dein Hai jagt dich. Er hat mega viel Leben, Mann. Ich habe mich verlaufen, Mann. Ich komme nicht zurück. Du siehst uns doch auf der Karte oben. Ja, ja. Aber jedes Mal, wenn ich komme, sei das irgendwo anders. Nee, wir sind die ganze Zeit hier im Lager. Oh, Leute. Wir müssen unbedingt ein Segel noch bekommen. Wo kriegen wir das denn her? Oh, ich bin da. Was ist denn das denn, Scheiß? Brauchst du essen? Nee, für mich ist gut. Sieh nichts. Ja, ja. Hier. Ich will mal was in die Kiste da rein tun. Du kannst sie nicht bedienen. Warum nicht? Hier. Essen. Ja, aber ich muss auch irgendwo was weg tun, Scheißstock. Kann ich eine Kiste bauen? Mit R? R? Ja. Der Host hat dir die Bauerlaubnis entzogen. Wie kann ich denn bitte einem die Bauerlaubnis erteilen? Also klick mal auf mich oder so mit dem Haus. Kann ich nichts, kann ich nichts machen. Hey, Zinnik. Hey, Nier. Ja? Hier hast du einen Stock für den Tisch. Hey, das ist mein Stock. Wo ich vorhin für Essen gebraucht habe. Basta. Nice. So. Unser Lager wächst und wächst und wächst. Warte mal, ich muss mal bei der Einstellung schnell gucken. Das muss man doch sicher irgendwo einstellen können, dass ich euch Bauerlaubnis erteilen kann. Ja, geh schon. Ich versuche, Mann. Neue Blaupause. Boah. Ich kann einen Stuhl bauen. So. Was brauchen wir dafür? Nur noch zwei Stöcke. Den Rest habe ich reingetan. Hier hast du noch ein Stuhlbindel für hier unten. Spielanleitung. Ähm. Ähm. Oh, man kann den Charakter anpassen. Wir sehen ja alle gleich aus. Im Reiter Profil kannst du dann aussehen bearbeiten, indem du die Frisur und Gesichte... Okay. Ja, schau mal jetzt, wie man Bauerlaubnis macht, Mann. Ja, ja. In der Kiste bauen. Okay, okay. In der Kiste baue, hey. Wo habe ich denn? Kuh. Was, Kuh? Geteilter Affe, nein. Ich weiß es nicht. Ah, warte mal, hier kann ich es jetzt bauen, möglich? Ja. Ja, Drohnen öffnen, ja. Schatzkarten teilen, ja. Zack, zack, zack. Und alles. Ja, 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 ja. Und jetzt kann ich bauen, endlich, hey. So, jetzt geht's, Leute. Cremes Polster. Ach, meins. Warum willst du hier ein Bett? Wir haben doch drei Betten. Ja, ich will mein eigenes. Ich brauch meine Bräse. Ey, dann reiß das doch weg hier, wenigstens. Dann kriegst du mir das Gras geben oder so? Ja, ja, ja. Was ist das Gras? Ich habe dir Gras gemacht. Ach so. Nee, äh, Knilz, hast du Gras? Hast du ein bisschen Gras? Mein Bett? So, hier. Da, nimm dein Bett. Zieh nichts. Dankeschön. Ah, der ist so schnell da, ey. Er hat wohl einen langen Finger. Was brauche ich jetzt? Hat jemand von euch diesen Stein? Welchen Stein? Diesen Stein. Ah, den hatte ich, warte mal. Ich glaube, ich habe den in der Truhe. Das ist das Auszweckwerkzeug benötigt. Was ist das? Du musst den Hammer auswählen. Guck so, jetzt bei uns. Er hat den Hammer nicht. Geh mir den Hammer. Ja, willst du meinen Hammer mal halten? Komm, lass dir meinen Hammer schmecken. Du brauchst noch eine Decke. Hier, warte, ich gebe dir eine. Ich will doch nur ein Bett, Mann. Da. Ich habe einen. Ich habe es ihm gegeben. Passt. Geht nicht. Du musst die auswählen im Inventar unten. Ach so. Genau. Hä, wieso viel? Ey, du hast, glaube ich, noch eine Decke im Inventar, oder? Kannst du mir die geben? Sonst habe ich keine mehr. Boah, was ist das? Das Schaufel. Die brauchen wir. Gucken, ob du jetzt Dings einsammeln kannst, Knilt. Wollte ich schauen? Ähm, sieh nix. Ich will dich ja nicht beim Schlafen stören, aber sieh nix. Sieh nix. Sieh nix. Sieh nix. Sieh nix. Hast du eine Decke? Sieh nix. Krieg ich eine Decke? Sieh nix. Sieh nix. Leute, guckt mal, ich kaufe einfach Escape, dann gehe ich auf seinen Namen und dann kann ich den kicken hier. Ich brauche, was zu essen. Habt ihr was? Ja, ich gucke. Ich habe Fleisch. Ich weiß nicht, wie man das backen kann, das Essen. Wie geht denn das? Schammer. Hier. Ja, Fleisch habe ich auch im Inventar. Wie viel habt ihr? Ich habe fünf. Hast du auch eins? Ich habe fünf. Ich koche sonst. Also hier, Gott. So. Zack. Fünf Stück. Sieh nix. Du hast sicher noch eine Decke, oder? Ja, nehm doch, Mann. Ja, dann wolltest du sie nicht noch weiter weglegen. Ein Stück Holz ist fertig und verschiedene Dinge benötigt. So. Nice. Zack. Ja. Ähm. Hier noch schnell. Oh. Nice. Und jetzt? Ups. Das wollte ich nicht. Jetzt brauche ich diese komischen Kieselsteine. Der habe ich im Inventar. Alle nehmen, alle nehmen, alle nehmen. Oh ja. Ich verstehe nicht, wie das funktioniert damit. Du musst die Teile sammeln und drauf tun, wo da stehen. Wieso zeigt es mir nicht an, was ich schon habe? Ich brauche ein Sebel und zwei Holz. So. Mach unbedingt Holz. Wohooo, nice. Hey. Warum willst du immer schlafen? Ah. Sieh nix. Komm her. Und weg bist du. Du hässliches Kind. Ey, ey, ey. Leute, wir gehen langsam mal schlafen. Ja. So machen wir über Zeit. Alle ins Bett rein. Damit wir speichern können. Geht nicht, Mann. Du musst eine Decke wieder drauf tun. Oh, ihr habt doch eine. Nein, da ist keine drauf. Ja, ruhig. In deinem Inventar. Sonst kuschel dich zu mir. Ah, da. Ah. Speichern wir mal. Und an dieser Stelle, meine Lieben, werden wir den Part jetzt erstmal beenden. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, würde ich natürlich... Ich habe gespeichert. Wenn ja, würden wir uns alle über ein positives Feedback von euch natürlich freuen. Ähm, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch mit dabei. Und, ähm, haltet die Ohren steif. Euer Nier. Ciao. Ich hoffe, ihr habt mir han und ihr cracking. Schauspiel Sonst prosperiert den Startbüsten. B Parcej. Schauspieldi B Uno. Und ich bin ejerc а persönlich.